Bevor das Video beginnt, abonniert alle meinen zweiten Kanal, Reimus Uncut, Link in der Videobeschreibung. Hallo. What the fuck? Was? Äh. Was macht der da? Ach der Scheiß. Ich habe mich aber schon nirgends niemal, weiß ich es nicht. Hä? Was macht der denn da? Wichsen? Adern? Hä? Adidas, anstatt dass die einfach drei Streifen hinmachen. S-Vox, bitte. Versucht, nachzudenken. Oh, oh, Digger, Asiate. Nee, es ist ein Name. Ach, wenn es ein asiatischer Name ist. Ach so, ja, dann ist kein Problem, ne? Jo, zack, Digger. Ich glaube, das passt so. Hä? Hä? Junge, was ist das für ein Kartoffelkopf, Alter? Ich bin gespannt, was war's jetzt. Meister Gamers chosen a word. Sag mal, es ist ein Land. Okay, so kann ich schon mal sagen. Muss ich schnell die Flagge ausnehmen. Warte, du finkst jetzt auch mal an, du hast nur noch 30 Sekunden. Wer kennt die Flagge? Digger, will er mich ficken? Digger, will er mich ficken? Hä, das ist voll verzögert, irgendwie. Wer kennt die Flagge? Ficken. Ein Land mit B. Belgien. Haff's doch hin, du f... Stop. Grapefruit! Der fuck? Der sagt Land und dann kommt Grapefruit. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hä? Was ist das hier? Easy. Ah, okay. Beschreib mal die Scheiße. Oh, jetzt ist es Remus. Das war's, ich war wirklich komplett. Ja, okay, ich hab's. Und sie in deinen Eiern landen. Eier! War's das jetzt schon? Ich hab gewonnen. War's das jetzt? War's das ist schon, der war's. War's